. Talentsuche – Guido Maria Kretschmer bekommt neue TV-Show . Neue Fernsehshofe – Guido Maria Kretschmer, 52. Seit 2012 verzaubert der bodenständige Designer die Fans mit seiner Präsenz bei verschiedenen TV-Formaten. Egal ob Shopping-Queen oder mit seiner liebfrechen Art hat er die Zuschauer immer auf seiner Seite. . Die können sich jetzt auf ein weiteres Projekt freuen, im Frühjahr bekommt eine neue Show. Bei Guidos Masterclass macht sich der Modeschöpfer bald auf die Suche nach frischen Talenten. Wie Vox bestätigt, wird persönlich acht aufstrebende Designer auswählen, um sie anschließend zu unterrichten. . Innerhalb von sechs Folgen müssen die Schüler ihr Gespür für Fashion und Stüls unter Beweis stellen. Ihr Ziel – überzeugen und 50.000 Euro Preisgeld einsacken. Damit dieser Plan für eine Person am Ende aufgeht, sollen die kreativen Nachwuchskräfte eng mit ihrem großen Vorbild zusammenarbeiten. . Egal ob P.R.E. mit Circumflex, D.A. mit Gravisporta oder Hautekulture mit echtem Insiderwissen wird die Auserwählten in sämtliche Bereiche der Modewelt einführen. Nach dem Ende der Show soll diese Zusammenarbeit für den Gewinner weitergehen. . Neben dem Preisgeld wird seinem Schützling ein ganzes Jahr mit Rat und Haar zur Seite stehen. Die große Designerkarriere ist damit sicher zum Greifen nah. . 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 Bis zum nächsten Mal.